Das ist die Blackbox zusammen. Mit unserem Mischer Alex ist das eine total super Sache. Der macht nämlich alles direkt so, wie wir es auch auf den Demos gemacht haben, ohne die überhaupt jemals gehört zu haben. Also es wird eine fantastische, zauberhafte Produktion. Die 80s, die 80s, die 80s, die 80s. Die 80s, die 80s. Die 80s, die 80s, die 80s. Das ist ein bisschen aggressiv. Die 80s, die 80s, die 80s, die 80s. Sie 250, die 80s, die 80s. Du 40s, die 80s. Ich los. Sagt doch mal was zu Starz. Ja, ne richtig geile. Der Starz oder was? Weiß ich auch nicht. Und das füllst du mit deinem Handy? Ja. Ja, war richtig geil, ne? Hier hört was bald.